so jetzt machen wir hier weiter wo wir beim letzten mal aufgehört haben und zwar zurück ins spiel genau wir checken jetzt erstmal die passagiere ein so stehen ihnen alle da ok 1 das heißt der bus kann eventuell kann aktuell blau-grün oder in ausnahmefällen ok wenn wir sehen scheint so weil der zeit gefällig selber hier ist mein ticket vielen dank haben sie in meine richtung glaube ja köln weiß ich wo fahren wir kontrollieren so haben wir sie jetzt alle gut wir sind ein bisschen auf dem bord stein gefahren naja passiert und ihr beiden gut dann dürften wir eigentlich jetzt fast vollen bus haben naja warum machst du nicht so breiter kann da noch jemand anders dahin auf geht's und herzlich willkommen bei flicks muss wir freuen uns dass ihr an bord seid und wir gemeinsam unser heutiges reiseziel ansteuern bevor wir richtig in fahrt kommen hier ein paar hinweise auch bei uns im bus gilt die gesetzliche anschnallpflicht bitte schnallt euch deshalb während der gesamten fahrt an in den sitztaschen vor euch findet ihr unsere bordkarte mit weiteren sicherheitshinweisen und infos zu unserem snack und getränke auf geht's nach gelsenkirchen findet sich im hinteren einstiegsbereich wer kostenlos surfen will wählt sich einfach in unser wlan-netz ein unser reisetipp fürs internet schaut doch mal auf unserer facebook page vorbei unser team freut sich riesig über eure likes und nachrichten sollte euer akku zu neige gehen kein problem viele unserer sitze sind mit steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet so könnt ihr euer smartphone die gesamte fahrt über nutzen wenn ihr eure nächste fahrt auch gleich mobil buchen wollt holt euch einfach unsere app und profitiert von exklusiven online angeboten auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle infos und städte verbindungen für euch bereit natürlich wollen wir unseren service ständig weiter verbessern für feedback zu eurer fahrt nutzt bitte den fragebogen den wir euch per e mail zuschicken wir danken für eure aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte fahrt und viel spaß an bord bei flixbus hello and welcome to flixbus we're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today before we set off we would like to share some information about the journey the wearing of seatbelts is compulsory on board the bus therefore please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey in the seat pocket in front of you you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages there's a restroom located in the rear boarding area if you would like to browse the internet free of charge simply log on to our onboard wi-fi network if your battery runs out no problem many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly if you would like to book your next journey while you're on the road simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of your smartphone schmoller und nachgucken weil optionen steuerung allgemein radio lauter ok online discount for more information simply visit flixbus.com meine beets hiphop pur of course we're always striving to improve our service please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey you can also use it to share your suggestions ideas and requests we are always ready to assist and now we can finally set off thank you for listening we hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with flixbus hmm oop oops oop mobile fällt nach bonn ich bin doch schon viel weiter scheibenkleister Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 13 Kilometer. 14 Kilometer. 15 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 Kilometer. 16 Kilometer. 15 Kilometer. 15 Kilometer. 15 Kilometer. Ja, es hat doch ein wenig länger gedauert. Ich dachte, wir könnten jetzt noch eine Tour gleich hinten dranhängen. Haut aber nicht hin. So, wir machen jetzt erstmal hier einen Cut. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet ein, wenn der Manuel die Straße wieder unsicher macht. So.